Ich kriege immer wieder die Frage, was ist mit Produkten, bei denen draufsteht, kann Spuren von Milch, Eiern und so weiter Tierprodukten enthalten, ist das vegan und die Antwort lautet ja, es ist vegan und man darf es kaufen und es gibt auch kein Problem damit, wenn du es natürlich, wenn du eine Wahl hast, wieder ganz wichtig, wenn du eine Wahl hast, du hast hier Nudeln, vegane Nudeln, 100% Hartweizen, nochmal 100% Hartweizen und hier steht drauf, kann Spuren von enthalten, steht das nicht drauf, also enthält keine Spuren, dann nimmst du natürlich das hier ohne Spuren, aber es ist kein Problem, wenn du etwas kaufst, wo draufsteht, kann Spuren von enthalten, das bedeutet einfach nur, dass es in derselben Produktionsstätte hergestellt, umgefüllt, verarbeitet wurde, in der auch Tierprodukte verarbeitet werden, zum Beispiel Eier oder Milch oder sowas und deswegen kann es Spuren davon enthalten, weil es auf demselben Band gelaufen ist, was auch immer und ich sehe da kein so großes Problem damit, ja, ich kann mich nicht so weit einschränken, dass ich sage, ich kaufe nichts mehr, wo draufsteht, kann Spuren von enthalten, weil es jetzt nicht 100% vegan ist, sondern vielleicht da tatsächlich irgendeine Spur von Milch oder sowas drin ist, kann man nicht verhindern und von daher, ja, meiner Meinung nach ist das absolut in Ordnung, sowas zu kaufen, ich kaufe es auch, weil ich mich wie gesagt nicht einschränken möchte in diesem Bereich, ich denke nicht, dass das so mega schlimm ist, natürlich wäre es besser, wenn es nicht so wäre, wenn wir nicht diese Verseuchung haben, aber da kann man halt nichts machen, die ganze Welt um uns herum ernährt sich halt anders als wir, deswegen, ja, ist sehr, sehr schwer und von daher, ja, also hier eine Entwarnung von mir, ja, macht euch keine Sorgen, schiebt euch keine Filme, Leute, ihr könnt das ruhig kaufen, ich denke nicht, dass das ein Problem ist, wenn irgendwann mal rauskommt, dass es ein Problem ist, laut Studie, du isst, kannst Spuren von enthalten, das beeinträchtigt dich, dann werde ich ein Video drüber machen und davon gehe ich aber nicht aus, weil das halt nur Spuren sind und wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass da irgendwelche relevanten Mengen drin sind, die dir irgendwie schaden könnten, ich meine, alles ist zum Teil verseucht, ja, alles, auch Möbel oder sowas, die Luft wahrscheinlich ist verseucht, weil Tierprodukte überall hergestellt werden und die ganzen Bakterien fliegen rum und bla bla bla, also, verstehst du, man kann das auf so einen Grad nehmen mit der, mit der, wie soll man das sagen, Perfektion, sage ich mal, ja, da kannst du dann überhaupt gar nichts mehr, man muss mit Gasmaske rumlaufen oder wie ich immer sagen, vegane Ernährung, Veganismus muss umsetzbar sein, ja, es muss einfach sein, es muss funktionieren, vor allem zu schweigen von Personen, die irgendwie, äh, noch Kinder haben, Familie haben, verstehst du, irgendeinen stressigen Job haben, äh, da überhaupt, ne, auf solche Sachen zu achten, Leute, da, 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 wirklich, was macht so eine Person, die sagt dann direkt, oh, ich, ich mache veganismus nicht, viel zu anstrengend, ich kann nicht mal diese Nudeln kaufen oder sowas, ne, deswegen, macht euch da keine Sorgen, wenn da draufsteht, bei den Zutaten muss natürlich 100% vegan sein, aber wenn draufsteht, kann Spuren von enthalten, dann soll, kann man das kaufen, jetzt, äh, nicht als Freifahrtschein nähen, für irgendwie Eiernudeln oder sowas, ja, kaufst dir Nudeln, steht da, steht drauf, oh ja, hier, äh, bei den Zutaten, Hartweizen und Ei, ne, das ist was ganz anderes, das ist ein Tierprodukt, was du da kaufst, von daher kann man das natürlich nicht machen, vor allem auch, weil du dann die Industrie förderst, ja, die Eiernudeln herstellt, einfach, keine Filme schieben, Leute, und die veganen Sachen kaufen, kann Spuren von enthalten, ist absolut in Ordnung. Okay, jetzt höre ich ein weiteres Video an, Peace!